voll schlimm ich krieg wenn Rasen frisch gemäht ist und ich mich dann irgendwie da draufsetzen oder so und mit den Armen so da drauf kommen dann krieg ich mal voll den Ausschlag an den Armen dann voll schlimm wäre das dann hier so frisch gemähtes Gras ist nackig und dann darauf rumrollen der ich sehe aus wie so ein Streuselkuchen kann man glaube ich rein oder? Ne? Hier? Ja. Der Schrottwagen kommt. Ich wollt grad sagen. Der Eismann. Der hat grad so gerufen. Die Tür ist offen. Ist sie immer offen? Ja bin ich mir nicht sicher. Na gucken ob die Zelle offen ist. Ne. Die Zelle ist offen. Jetzt. Geh mal weg hier. Also. Fuck ey. Sind alle Türen offen. Das ist nicht toll. Aber hier ist ein großer Rucksack. Aber hier liegt noch alles hab ich so das Gefühl. Hier liegt noch ne Dose Cola. Jetzt nicht mehr. ich bin grad am umpacken. Hier liegt noch ne Pistole. Oh die gleiche die ich grad hab. Gasmaske. Munition. Ich hoffe nicht dass jetzt einer kommt. Der hätte dich dann quasi auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Ich hab ne Zucchini gefunden. Schön. Oh. Gelbes Kettchen? Ne. Schade. Hahaha. Jetzt noch mal schnell alles einsammeln. So. Hallöchen. Hallo. Du warst schon oben? Ich war schon oben. Da liegt noch wie gesagt ne Pistole. Oh. Die gleiche die ich aktuell hab. Ähm. Was ist das denn? Was liegt denn da? Da bin ich dran vorbeigelaufen. Hier liegt noch ne ne äh Dings Dings. Hahaha. Ja genau. Ne Dings Dings. Okay die seh ich von hier aus nicht. Die Gasmaske. Hier oben. Achso. Die hab ich schon gesehen. Kommst. Ja kommt mal noch dran. Aber ich hab so ne coole Sonnenbrille. Die kannst du glaub ich da drunter anziehen. Jo. Kann man. Sieht aber doof aus mit meinem Hütchen kann das sein. Stell dich mal an. Wie viel nimmt denn die weg? Okay. Vier. Was hat die für ne Munition? Punkt 22. Ja. Punkt 22. Ja. Punkt 22. Na gut würde ich sagen gehen wir ans nächste oder? Ja. Was liegt hier hinten noch? Die Zucchini Duct Tape und äh noch irgendwas. Ob da oben auf ne Kasten liegt noch wat? Bestimmt nur ne Batterie. Tetrazyklin. Was ist das denn? Ich kanns auch nicht. Ja ich eigentlich wollte ichs nehmen aber jetzt hat das gefressen. Haha. Super jetzt gleich stirbst du. Ah ne es sind Antibiotika gewesen. Das waren Antibiotika jetzt ist es weg. Hab nen neuen Hut. Ich wollt grad sagen bist du noch da? Hallo. Hallo. Einen schicken Anglerhut in Tarnfarben. Willst du meinen Hut haben den? Ne. Ich behalte mein Bini. Oh. Obwohl vielleicht sieht das mit Hut und der Gasmaske dann doch deutlich besser aus. Moment ich teste. Ja. 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 So. Du hast dich grad wieder ein bisschen teleportiert. Ja ich kann das halt. Oh. 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 Oh ne Axt. Oh ne Axt. Ich dachte du hättest ein Männchen gesehen. Oh ne Axt. Oh ne Axt. Oh ne Axt. Die nehm ich mir doch mal. Da würd ich panischer reagieren. So. Und dann tue ich die Sende da mal wegschmeißen. Bist du rein? Ja du bist rein. Ich schnapp mir grad ein neues paar Stiefel. Ich mach mich. Oh. Was ist das denn? Muss ich mich auf die Fresse legen und da ran zu kommen. Schön kann man leider nicht zumachen. Partner Look. Yay. Hast du auch so ein Hütchen? Ja. Sehr schön. Beide blauen Rucksäcke sind zwar zwei verschiedene aber. Ja. Sollen wir hier liegen. Ähm. Barrett. Noch so ein Hütchen. Ich glaub das ist es neu. Mhm. Das ist jetzt in. Das trägt jeder. Das ist jetzt hip. Hip. Shotgun Munition. Ja für dich. Mit meinem Namen. Was ist denn das da oben? Ist das nochmal ne Gasmaske? Ja. Ein Kugelschreiber. Gasmaske und Gasmaske. Da oben ist ein Snaploader glaube ich müsste es sein. Mann wo leg dich mal hin? Bist du behindert oder was? HINLEGEN! Mann wo sind wir denn hier? Ich komm an den Snaploader da oben nicht ran. Schade. Oh die möchte ich haben. Oh die sind präsentiert. Dann nimm. Oh. Ich hab was. Ich bin dann mal am umladen. Nein nicht wegwerfen. Umladen. Zack. Da jetzt. Das. Ich hab nen Rucksack. Ich hab nen Rucksack gefunden. Blau? Ja. Oh geil. Partner Look. Ja. Da weiß ich auch immer besser wer jetzt wer ist. Also wenn jemand anderes kommt. Ja. Der sieht so aus wie ich. Ja. Ganz einfach erklärt. Oh was hab ich denn alles für nen Scheißkram dabei echt. Willst du noch schöne Schuhe haben? Ich hab ein paar Military Boots gerade. Aber ich tausche gerne ja. Oh. Ich hab hier hinten ja welche ausgezogen. Ich glaub meine Hose ist im Arsch oder? Brauchst du nen Swing Kit? Badly Damaged. Nee das hab ich selbst. So. Kann ich das nochmal machen? Ah es ist worn. Getragen. Ja. Noch ein Hütchen. Da die Schuhe. Die hab ich da hingestellt. So. Oh. Ich hab wieder ein. Äh wieder. Ich habe wieder ein gelbes Kettchen. Nee. Aber du anscheinend nicht. Sonst hättest du ja anders reagiert. Ja. Neue Sachen für alle. Yay. Und wir sind an der Quelle. Ja. Was liegt da noch? Ach keine Ahnung. Hab jetzt keinen Bock hinzugehen. Bestimmt eh nur was schwarzes irgendwie auf dem Boden. So. Ich möchte gerne wieder meine Dingsbums auswählen. Dann muss ich mal meine Axt auf eins wiederlegen. So. Gehen wir weiter? Wir gehen weiter. Hahaha. Ich komm dir hinterher. Mhm. Boah. Sag doch, dass du die Tür aufmachst. Da ist ja mal richtig Verkehr bei euch im Ort. Ja. Voll schlimm. Ach, der Sack. Und wieder in Sommer. Willst du nicht nochmal ausprobieren? Nein. Ich fand das scheiße. Schade, dass wir das nicht aufgenommen haben damals. Das hätte ich zu gern gesehen. Willst du ja nix, naja. So. Und du? Du, ich seh mal nix. Ich würd mal sagen, wir gehen weiter, oder? Jo. Also ich würd erst mal hinter die Dinger gehen. Weil da ist man eher geschützt als davor. Ich wär jetzt dazwischen gegangen nach vorne dann. Ja. Ich wollt nur nochmal gucken, ob ich nicht jemanden erkennen kann, der hier rumschleicht. So wie wir. So wie wir, genau. Mit blauem Rucksack und Anglerhütchen. In Tarnfarben. Ja. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein Oberteil in Tarnfarben, dann bin ich komplett getarnt. Was? Außer meinem Rucksack. Ja, die Regenjacke tut's doch auch, oder nicht? Die ist aber nur grün. Ja, aber die ist immer besser als ne rote Regenjacke. Oder ne gelbe. Ob, da stehen ein paar Stiefel. Jungleboots in schwarz. Jungleboot, okay. Ich bleib bei den braunen, die sind... Boah, wie sieht das anhörtig. Wenn man da jetzt einen politischen Hintergrund reinbringt. Ich bleib bei den braunen, ich will die schwarzen nicht. Ne, SKS. So langweilig. Sonst nix. Aber das Gras kommt nicht mehr so ganz durch den... Na ja, doch jetzt kommst du. Ich hatte ne kleine Verzögerung. Ich seh grad, ich werd angerufen, aber das muss dann warten. Es geht ums Überleben. Ja, eindeutig. Es gibt keine Handys. Stimmt, das hab ich hier im Spiel auch noch nicht gesehen. Walkie-talkie gab's. Da ist niemand drin. Walkie-talkie gab's, ja. Ich hab gar nicht geguckt, ob da jemand drin war. Du würdest einfach reinstürzen. Ja. Hallo, Pauf. Kaputt. Nix. Ich glaub, irgendwie ist grad die Verbindung in Skype scheiße. Meinst du? Ja, weil ich hab manchmal so... Einfach nur so. Wird sich bestimmt auch schon... Ach nee, du nimmst ja die... Deine. ...Tondatei, die ich dir zukommen lass. Ja. Das heißt, ich könnt alles mit der machen, was ich auch immer will. Ich geh schon mal weiter, ne? Mhm, hier ist auch nix drin. Eine was? Hier ist nix drin. Achso. Ich hab verstanden, hier ist noch eine Äh drin. Ah, hier ist schon wieder offen. Nee, ich krieg... ...zu viel. Ich mach mal zu hier. Irgendwie ist auch grad ein bisschen... Da liegt was auf dem Schrank. Ein Buch. Wenn's dafür zumindest noch irgendeine Verwendung gäb. Wechseln muss hier, ey. Ein Sichel. Da liegt doch noch was, oder bin ich jetzt... ...doof? Was ist das denn hier? Ach, du liegst da auf dem Boden rum. Oh, hier liegt noch ne Knifte. Ne Knifte? Ja, halt so ne... ...große Knifte. Was ist denn das für eine? Na, SKS schon wieder. Green Tracksuit Pants. Gottes Willen. Hier liegt noch ein roter Rucksack. Was ist das denn? 22. Oh, oh. Ja, aber ich hab auch schon ne Waffe. Ja, die kannst du auch gern behalten. Ich hab nämlich ne neue gefunden. Wie? Ich weiß zwar nicht, was die an Munition braucht, aber... Hast du ein Hölzer, den du nicht brauchst? Äh... Nein, den hab ich liegen lassen. Ach, du Arschkind, ey. Ja, jetzt machst du mich hier wieder verantwortlich hier, ne? Ja. Nimm dir die Pistole und oder die Munition, aber vor allem die... die Dings mit. Was? Sag an. Das Magazin. Ah. 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 Ich verstehe. Lag da jetzt noch Munition rum? Ja, die 22. Also von mir, die, die ich da hinten gefunden hab. Aber die... Ne, aber jetzt so einzelne, so acht Schuss oder sowas? Na, hab ich mal nicht gefunden. Hier liegen sie, bei mir. Die sind weggerollt. Ah. Die sehen auch schön aus. Ach, ich brauch neun Millimeter Munition. Ja, die lag in Dingenskirchen. Ja, du willst, komm ja da nochmal hinlaufen. Du Arschkind, warum hast du sie denn liegen lassen? Ja, weil du gesagt hast, du willst das nicht mehr haben. Das ist richtig, ja. Gut, dann kann ich jetzt nicht schießen. Aber ist okay. Dafür hast du jetzt die... Die, äh... Jahrmarktspistole für Kinder. So, ich muss mal jetzt gucken, wo wir hin müssen. Ich bewache die Tür. Ich möchte keine Notiz hinzufügen. So, was wollten wir jetzt...